Stützen. Ansehen. Tja, meine Freunde. Abgetrennter Arm. Okay. Streuner. Tja, dann gehen wir halt. Auf die Leiter, würde ich sagen. All right. Let's hope this thing holds. Come on. Don't fall. Thanks. Oh-oh. Nicht gut. Die sind ja schon da. Pete, hurry. Nein. Ha, ein drittes, weil das Leben gerettet. Haha. Es scheint, dass dieser Ort mit jemandem zu Hause ist. Du denkst, dass deine Freunde hier durchgekommen sind? Es ist schwer zu sein. Wir sollten nachher schauen. Tja, dann schauen wir uns ein bisschen mehr unwürdig sagen, meine Freunde, ne? Wir haben hier einen Floßschrank ansehen. Hier geht's. Nichts, sondern ein Stück alten Metall. Rebar. Karte, ansehen. Tja. Bank, untersuchen. Rettungsring. Höchstwahrscheinlich nicht. Okay, hier können wir auch nicht weiter. Tja, dann ist der einzige Weg, den wir noch haben, die Tür ansehen. Ich höre da drinnen doch jemanden. Ah, scheiße. Wenn wir uns eine von uns durch die Hand bringen können, vielleicht können wir sie auslösen. Äh, die Stahlstange. Dann nimmt man eine Machete. Ich hoffe nur, dass wenn ich jetzt hier die Hand reinstrecke, dass da kein Zorn bekommt. Ich höre da drinnen. Aber da ist nichts. Na ja, die Frage ist, welcher von uns will, der da drinnen, um es zu öffnen? Ein von uns muss es tun, ja? Ein von uns muss es tun, genau? Alles tun. Na ja, hier ist nichts. Oh, da ist sie wieder. Ob das so gut ist. Na ja, dann machen wir das einmal, ne? Komm schon. Was ist hier passiert? Oh. Oh, oh. Die sind gefesselt. Sie sehen nicht wie Walkers. Ich wundere, was mit ihnen passiert. Wer das getan hat, hat sich sicher, dass sie nicht zurückkommen würden. Die Knie sind zip-tied. Sie konnten nicht nachdenken. Diese Leute haben nicht geblieben. Sie wurden geschätzt. Jesus. Holy shit. Oh. 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 Ich bin wieder. Ich werde zurück. Ich werde zurück. Holly, wenn du zurückkommst? Diese Fotos. Diese sind ihre Kinder. Vanessa und Raschid sind hier. Wenn sie uns hinterlassen... Michonne. Du bist okay? Du hast diesen Blick. Das gleiche Blick, als du... Ich bin gut. Du bist nicht gut. Oh, oh. Oh, oh. Du bist so. Du hast ihn nicht. Du bist so. Du bist so. Du bist so. Du bist so. Wenn wir etwas finden, wird es hier drin sein. Wie krank ist das bitte? Ok, links und rechts können wir nichts machen. Hm. Stand back. Hm. Let him down. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. What we saw up there, the execution of those people, was done to that poor man. Who the fuck could have done that? It wasn't war. It wasn't even self-defense. No one else did this to them. They did it to each other. I've seen it before. This world changes the best of us. Sometimes for the worst. Not like this. Hold up. We don't know what's in there. What do you see? There's a door. See anything else? There's a duffel bag. Looks like it's in good shape. Any sign of people? Looks quiet, but keep your guard up. My guard's always up. Thanks. Hmm. Oh, huh. Someone scavenged everything else, but left this? Makes no sense. I know, but damn. We could really use this stuff. Cigaretten. Antibiotika. Konservdosen. Munition. Cigaretten. Don't show those to Berto. We finally just got him to quit. Medizin. A bunch of medicine. Where did all this stuff come from? Munition. Plenty of ammunition. Conservem. Oh my God. Mary Lily's Peaches and Beans. I used to have these three times a day. Breakfast, lunch and dinner. That drove my mom crazy. We should see what else we can find. Diastis. I would look to see what's open. Nah, good. Dann schauen wir uns mal um hier. Was finden wir denn hier Schönes noch? Eine Türe haben wir hier zum Beispiel. Verkaufsautomat ansehen. Das Ding hat wahrscheinlich schon seit Jahren geöffnet. Aber wer weiß. Du denkst, dass die Kabelbarn einfach ausmacht werden? Hey, es ist niemals zu versuchen. Noch mal. Gibt's noch mal? Na siehste. Muss nur hartnäckig bleiben. Glas mit Süßigkeiten untersuchen. Ach, Sporttasche geben, oder? Ich habe eine von diesen in Jahren gehabt. Wer sagte, ich würde es sharen? Der Löll. Soll wir hier eine Kasse ansehen? Wir sollten das anziehen. Wir beginnen mit Leuten für Flugzeugen. Öffnen. Geld ist noch hier. Jetzt ist kein Wunsch mit niemandem. Ich weiß nicht. Das stimmt allerdings. Was machen wir jetzt noch mit Geld? In dieser Zeit. Was haben wir hier schönes? Fruchtgetränk. Untersuchen. Ich weiß nicht, ob es noch gut ist. Instant Banana. Oh, geh mal in die Sporttasche, oder? Ich weiß nicht, wann man einen von diesen finden wird. Ich weiß nicht, wann man einen von diesen finden wird. Niemand hat es gefordert. Oh. Was zur Hölle? Ich weiß nicht, wann ich leider noch eins machen kann. Es wird auch sein.